hallo ich bin hier im moxivarsav praga einem recht neuen hotel hier in warschau da bin ich über die feiertage also über den jahreswechsel das hotel ist im industrie design schon ein sehr positiver empfang gewesen freie zimmerwahl ich habe ein zimmer im obersten stockwerk im vierten stock links geht es ins badezimmer das ist sehr geräumig waschbecken mit großer ablagefläche ebenerdige sehr geräumige dusche garderobe auf der rechten seite einen schrank gibt es leider nicht einziges manko dafür ein großes bett steckdosen sind auf beiden seiten vom bett auf einer seite zusätzlich noch zwei usb steckdosen natürlich klimatisierte räume hier ist die klimaanlagen bedienung gemütlicher sessel ablageflächen glas auch ganz cool gemacht noch ein gläserner schreibtisch und ein retro telefon habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen so ein geformtes telefon coole sache natürlich fernseher direkt gegenüber vom bett alles andere als klein noch ein hocker dazu ja lampen auch vorhanden ausreichend licht hat man hier von der größe her für solch einen kurzurlaub vollkommen ausreichend und auch was das preis leistungs verhältnis angeht kann man glaubt nicht klagen ich habe hier circa 195 euro bezahlt für drei nächte inklusive frühstück und das über silvester ist wohl ein absolutes schnäppchen gewesen das moxie war das frage ja soweit dazu